Ich habe den Start verpasst und ja, wir fahren jetzt normal. Also heute bin ich irgendwie schlecht. Wir hoffen jetzt einfach mal das Beste, okay? Dass ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe, dass nichts mehr passiert. Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Das kommt davon, wenn man soziale Kontakte wahrnehmen will und einfach dann den Regenbogen runterfällt. Ja, natürlich. Oh mein Gott, ich gehe extra... Ja, noch jemand. Ich bin ja noch nicht genug gefickt worden. Dreckige Laura, alter. Geh Schwänze lutschen. Die Daisy freut sich da hinten oder da vorne in Ast. Ich bin erst, ich bin so toll, ich bin nur Daisy. Und ich fahre gegen das Auto. Awesome, genau awesome. Deswegen bist du auch hinter mir, weil du so awesome bist. Ernsthaft? Nee, 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 nee. Kommt noch ein Auto! Ja, 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 aber sicher. Ja, Laura, hallo, da bist du ja wieder. Ja, komm, fick dich, fick dich, Spielvieh. Ja, ja, fahr mich mal platt. Macht gerade echt Spaß. Wartet mal, das ist die perfekte Gelegenheit, um euch mal meinen Bildschirm zu zeigen. Nice, oder? Auf so einem kleinen 10x10 Bildschirm darf ich spielen. Geh. Ein Affenpark. Und ich fahre Funky Kong. Ob ich da wohl Glück habe? Blitzstart. Natürlich! Wer bremst ab da? Der Japse natürlich, klar. Oh, oh. Fahr ins Wasser, danke. Das Spiel macht gerade richtig keinen Spaß. Ach, Tibo, wer ist denn Tibo? Kleiner Baby, du hinschieben. Oh, schaffst du es nicht richtig zu fahren? Genauso wie ich. Ja, ich hoffe. Schön. Das freut mich. Dann ist noch jemand bei mir. Nein. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Fährt auch keiner an mich rein oder so? Nee. Jetzt können sie auf einmal alle fahren. Jetzt, wo es um die Wolke geht. Besorgt jemanden. Ja, Laura. Ich. Oh, komm. Wie bin ich gefahren? Richtig schlecht.